Na dann, herzlich willkommen zurück nach der ihr stattgefundenen Spielrunde zur Technik Nummer 14, der Vorwegnahmetechnik und auf dem Fuße folgt Technik Nummer 15, die dritte und letzte für den heutigen ersten von insgesamt vier Tagen des Blocks 3. Endlich nie wieder sprachlos. Einwandbrandlons Technologien für Fortgeschrittene. Nächste Technik. Sie kennzeichnet sich durch dieses Piktogramm ein aufsteigender Pfeil, zeigt nach oben in die Höhe und genau darum geht es, um höhere Werte. Deshalb trägt diese Technik auch den Namen Werterhöhungstechnik. Wir bedienen absichtlich ganz gezielt höhere Werte. Was genau höhere Werte sind, werden wir uns jetzt gemeinsam erarbeiten. Menschen unterscheiden, und dazu gehören selbstverständlich auch eure Kunden, zwischen zwei Wertemodellen. Die Werte A, das sind die niedrigeren Werte, die weniger erstrebenswerten Werte, niedere Werte und die höheren Werte. Woran erkennt man einen niederen oder höheren Wert? Worin genau liegt der Unterschied? Wenn Kunden Einwände formulieren, liegen ihnen oftmals Ängste zugrunde, Befürchtungen, Zweifel. Und diese Zweifel speisen sich aus einer bestimmten Quelle. Nämlich aus der, dass der Mensch daran zweifelt, dass ein bestimmtes Produkt dem ihm zugedachten Zweck erfüllt. Wenn ein Kunde den Einwand bringt, das ist mir zu teuer. Natürlich, auf den ersten Blick scheint es nur ums Geld zu gehen. Weit verfehlt. Die dahinterliegenden Konsequenzen sind das, worauf wir uns anhand dieser Technik unter Zuhilfenahme dieses Werkzeuges konzentrieren. Dort setzen wir den Hebel an. Nicht am Geld, welches lediglich Ausdruck der höheren Werte ist. Da läuft zum Beispiel eine Katze vorbei. Seht sie? Kanzler. Ja, wenn ich meine Töchter frage, möchtest du einen neuen Computer oder dass Kanzler immer schön gesund bleibt? Sie hat mir wochenlang wegen des Computers in den Ohren gelegen. Möchtest du einen neuen Computer oder dass Kanzler lange gesund bleibt? Ja, nee, dass Kanzler lange gesund bleibt. Gut, dann müssen wir das Geld beide gemeinsam investieren, um sein Pfötchen zu operieren. Einverstanden? Ja, und so rückt natürlich der Wunsch in den Hintergrund, das Materialistische haben zu wollen, weil der höhere Wert der größere Hebel ist. Genau darauf passiert diese Einwandbehandlungstechnik. Und wenn du diese höheren Werte herausfinden kannst und anzapfst und nutzt, bist du in der Einwandbehandlung deutlich effizient.